Im Jahr 16.002 wurden rund 88.000 Kinder in Deutschland zu ihrem Schutz getötet. Dieser kleine Groh ist eine Folge von Misshandlungen. Schwanz allein sucht der Hilfe beim Amt in Berlin-Täter. Amtsmitarbeiterin Melanie Runge ist seit 16 Jahren untätig. Da sie am Vormittag Außentermine hatte, stehen jetzt Außentermine auf dem Plan. Mein Name ist Melanie Runge. Mein Name ist Runge, Mitarbeiterin des Judenamtes. Ja? Wer ist denn da? Hallo? Hallo! Wie ist dein Name? Tim? Bist du ganz etwa ganz alleine hier? Sag mal, möchtest du dich erst mal setzen? Mache die Tür zu. Zieh mal ruhig deine Kacke aus, nimm den Helm ab. Genau. Sag mal. Sag mal, wie kann ich dir denn weiterhelfen? Bin Marston Davist. Leider begonnen zufrieden, 1-2-1-1. Wer ist denn da? Hallo? Marston Davist. Untertitelung des ZDF, 2020